Schüler aus Taiwan haben jetzt die Amanduskirche in Bad Urach besichtigt. Die Gruppe kommt von der Partnerschule des Graf-Eberhard-Gymnasiums und ist derzeit zu Gast in der Kurstadt. Während ihres Besuchs sollen die Jugendlichen einen Überblick über die Meilensteine in deutscher, industrieller und kultureller Entwicklung bekommen. Gleichzeitig sollen ihre Gastfamilien ihnen eine Vorstellung vom deutschen Familienleben vermitteln. In einer Woche reisen die Schüler wieder zurück in die Heimat.